Morgen zusammen, hier ist die Sieglinde Sorglos. Ich wollte nur mal kurz ein kleines Video drehen am frühen Morgen, weil ich bin hier gerade an dem Neubau von unserem Kumpel Massel, der hier in Grefrath im Neubaugebiet am Friedhof mit seiner Frau ein Häuschen sich errichtet. Und da sind wir jetzt glaube ich, sag mal einfach, das ist hier der zweite oder dritte Bauabschnitt, das ist der dritte Teil, den ich hier drehe. Ich meine, das ist der dritte Video. Und da schauen wir mal rüber mittlerweile. Sind schon die Balken vom Dachstuhl, sind schon drauf. Die Balken vom Dachstuhl sind schon drauf, wie wir sehen. Klinker, am Diebel wird schon geklinkert. Hier bekommen wir ein kleines wunderschönes Vordach, eine riesengroße Gaube mit zwei Ausgangstüren, denke ich mal. Es geht auf jeden Fall voran hier. Es geht auf jeden Fall voran hier. Moment, ich muss mich drehen, weil mein Hund, der erhängt sich sonst. So. Es geht auf jeden Fall voran. Hier vorne, es wird auch schon geklinkert. Hier vorne wird auch schon geklinkert, wie ihr seht. Gerüst steht noch da. Auf jeden Fall macht es Fortschritte. Das freut mich sehr. Und eine schöne große Garage. Ich glaube, von der anderen Seite auch ein Vorratsraum. Ja, der Kran steht hier natürlich noch. Er muss ja noch helfen, um die Arbeiten zu erleichtern. Alle Garage wird auch schon verklinkert. Es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Es geht voran. Hier vorne ist, glaube ich, schon ein Häuschen bezogen. Und daneben, glaube ich, noch nicht. Oder auch schon. Auf jeden Fall läuft es hier. Es geht weiter in dem schönen, kleinen Neubaugebiet am Ortsrand von Grefrath. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Alles Gute. Viele Grüße. Sieglinde, sorglos.